Wir stoppen da. Da gibt es aber immer eine Ausweisung. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, unser neuestes Mitglied in der Runde zu begrüßen. Ich möchte mich auch gleichzeitig vorstellen. Ich bin Christophe Goulet. Ich habe quasi eingeladen als NRW-Verband. Jürgen Elsneshans, ich bin Vizepräsident mit Kampfsport von dem Deutschen Baseballverband. Arne Wiedmeyer, Geschäftsführer von dem Deutschen Baseballverband. Michael Gommers, Sportdirektor beim Deutschen Baseballverband. Ich bin auch Breitensportbeauftragter, aber auch hier als Referent zum Thema. Das habe ich morgen um 14 Uhr ab 14 Uhr Marketing und Sponsoring, halte ich einen Workshop hier und arbeite auch als Freikraft für den Landessportbruch Nordrhein-Westfalen. Stefan Weifel, der Geschäftsstellenleiter NRW. Andrea Silma, Baseball- und Softwareband Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Hendry Ramthu. Ich komme aus Rostock. Ich bin Coach der Rostock-Urganeros und gleichzeitig als Liga-Ausschussvorsitzende von der NRWL. Ich bin einiges Hecht. Ich bin einiges Hecht. Einiges Hecht. Ihrftet, was ich nicht zugeben. Ich bin einiges Hecht. Ich bin einiges Hecht. Der Fall ist der Ball, ich trage mich, aber das ist mir. Man kann die Leute aus der Ballen durchgeführt werden. Das ist gut. Das ist ein sehr gut. Das ist gut. Das ist gut. Und dann kann man das einfachen. Das kann man sehr schnell verändern. Das kann man sehr schnell verändern. Das kann man sehr schnell aufnehmen. Und dann die andere Zubehörungen. Das ist gut. ... und der Kieler ist gut. ... und der Hitz. Lohr, at this point, we'll talk about this too. He should be able to see the big toe over the top of his kneecap. A lot of the kids now are coming underneath here, and they're just tracing a line to home plate. This is a much more powerful in the pitching delivery. ... und dann transfer the way up. Even off the mound you'll see a lot better control. So, it's like there's a lot better, there's a lot closer, there's a lot closer together. So, it's like the big toe, when the ball is low, you can do it a little deeper, a little more off the edge. Oh, no, 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 no. We try now with a very short transfer time, for example, the slow hand out. I have just... ... 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